Ich rufe nun Einzelplan 7 auf, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Die Debatte eröffnet Herr Eckert für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Haushaltsplan ist in Zahlen gegossene Politik und zeigt auf, was in wesentlichen Punkten im nächsten Jahr politisch im Land gestaltet werden soll, soweit zumindest die Theorie. Wegen des schuldenfinanzierten Schattenhaushalts gilt das in Hessen nicht. Im Einzelplan 7 findet sich viel laufendes Geschäft, neue Projekte größtenteils Fehlanzeige, Transparenz, Offenheit und klare Gestaltung unseres Landes bei Schwarz-Grün Fehlanzeige. Wohnen ist und bleibt ganz weit oben auf der politischen Agenda in Hessen. Bezahlbares Wohnen für Jung und Alt in Stadt und Land, Barrierefreiheit im Bestand ermöglichen, soziale Quartiere voranbringen und, und, und. Die Liste für den Wohnungsbauminister wäre mehr als lange. Wenn es vorangeht in unserem Land, dann sind es auch ganz oft Initiativen, die aus der Opposition und mit gesellschaftlichen Gruppen organisiert werden, wie z. B. bei der Nachwirkungsfrist bei vorzeitiger Ablösung von Darlehen. Das klingt super sperrig, aber es ist tatsächlich etwas, was konkret in den Problembereichen der Wohnungsnot hilft. Stichwort bezahlbares Wohnen, studentisches Wohnen in Hessen. Das hat Kollegin Dr. Sommer hier letztens auch mit Anfragen herausgefunden. Wenn man sich anschaut, wo sich etwas verbessert und wo es hinterher hinkt, dann suchen Sie auf dieser Tabelle am besten Hessen ganz weit hinten, denn da finden Sie es am schnellsten, weil es tut sich nämlich eben zu wenig, gerade in dem Bereich studentisches Wohnen. Sie sehen, die Palette ist breit gefächert. Da müsste eigentlich ein Wohnungsbauminister auch richtig etwas leisten, meine Damen und Herren. Wann geht es auch voran mit dem Verbot von spekulativem Leerstand in Hessen? Wann kommt endlich das notwendige Zweckentfremdungsverbot in Hessen? Meine Damen und Herren, Baustellen beim Bereich Wohnen gibt es, weiß Gott, genug. Wenn es eines dann nicht braucht, dann ist es die Eigen-PR, sei es großer Frankfurter Bogen oder Ähnliches, Herr Minister. Am Ende geht es darum, echtes Handeln wäre gefragt. Wenn Sie als Minister beim Teil Wohnen bisher als Minderleister performen, dann vielleicht besser bei einem grünen Minister im Bereich der Energiewende. Da sind die Herausforderungen, mit Händen zu greifen. In der Erzeugung, in vielen infrastrukturellen Fragen, all da müsste doch unter Ihrem Slogan Grün wirkt sich irgendetwas tun. Immerhin reden Sie von der Energiewende, aber in Hessen? Der Energiemonitoringbericht 2020 ist ein Ausweis Ihres Scheiterns, Herr Minister, beim Thema Windkraft. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass 2019 in Hessen lediglich vier neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen wurden. Im Vergleich, im Jahr davor waren es 76 Anlagen. Der FDP-Minister hätte es nicht besser hinbekommen, meine Damen und Herren. Auch wenn dann der hessische Wirtschaftsminister in dem Bereich so gerne mit dem Finger auf andere zeigt, aber das Problem ist in Hessen hausgemacht, Herr Al-Wazir. Im Haushalt stehen außer Mitteln zur LEA und mehr Personalstellen bei Fragen, zu deren Leistungsfähigkeit und zur Effektivität sie wenig bis keine wirklichen Antworten geben können, und dann Einrichtungen wie zum Beispiel das House of Energy nur mit europäischen Mitteln finanzieren und eigene Mittel dann nicht eingesetzt werden, und das bei der Bedeutung für den erneuerbaren Energienstandort in Nordhessen zeigt, wie unausgegoren und wenig stringent sie das Thema Energiewende in Hessen betreiben. Da könnte Hessen deutlich mehr, wie es unter Ihrer Führung bisher schafft, meine Damen und Herren. Beim Verkehrsminister steht im neuen Jahr natürlich Großes ins Haus, da die Straßenbauverwaltung durch die Gründung der Bundesautobahngesellschaft vor großen Herausforderungen steht. Wichtig ist – Herr Minister, da werden wir sehr darauf achten –, dass die freien Stellen aus Hessen Mobil nicht dem Streichkonzert des Finanzministers geopfert werden, sondern wir als Land nutzen, um in den kommenden Jahren unsere Mobilitätsverwaltung endlich personell zu stärken. Unsere Anträge in der Vergangenheit haben Sie von Schwarz-Grün leider in der Vergangenheit immer abgelehnt, und das war falsch. Wir brauchen mehr Ingenieurinnen und Ingenieure. Wir brauchen viele Fachleute auf allen Ebenen, um zügiger zu planen, besseren Service anbieten zu können, auch für Fragen rund um die Förderung von Mobilität insgesamt im Land. Der Haushalt aber zeigt insgesamt eine Ambitionslosigkeit für das kommende Jahr. Ihre Zahlen beim Radwegebau 2021 sind mehr als müde, und dass Sie das ernsthaft feiern wollen, zeigt, wie weit weg Sie von den tatsächlichen Herausforderungen im Land sind, meine Damen und Herren. Sie bleiben auch weit hinter den Erfordernissen zurück, was es an Investitionen in den Landesstraßenbau bräuchte, um wenigstens den Wert an Infrastrukturvermögen zu erhalten. Sie verweigern dem Parlament, und wir haben da ganz oft nachgefragt, beharrlich die Aussage, wie viel Prozent des Landesstraßennetzes eigentlich zu Beginn Ihrer Amtszeit war, Herr Al-Wazir, in einem schlechten und sehr schlechten Zustand, und wie hat sich das im Laufe Ihrer Amtszeit entwickelt. Dieser Unwille ist für mich nur erklärbar, dass die Zahlen so desaströs wären, dass Sie sie auf keinen Fall kommunizieren wollen. Aber das kann ich Ihnen heute hier versprechen. Da werden wir auch nicht loslassen, nicht lockerlassen und immer wieder nachbohren. Zum Thema Infrastrukturvermögen. Wir diskutieren hier häufiger. Schauen Sie doch einfach einmal in Ihren eigenen Geschäftsbericht der Landesregierung. Da sehen Sie schwarz auf weiß, was Sie jedes Mal pro Jahr in Abgang bringen und wie groß die Lücke wird durch Ihr Versagen im Bereich des Landesstraßenbaus, gerade in den vielfältigen Herausforderungen. Eine herzliche Einladung, kommen Sie einmal in den ländlichen Raum, und da merkt man das, was Sie in den letzten Jahren alles versäumt haben. Meine Damen und Herren, auch Themen wie Lärmschutz, da müsste man meinen, das könnte wirklich ein Thema sein in Ihrem Haushalt, was wirklich vorangeht und man wirklich etwas gestaltet. Auch der ist beim Haushalt 2021 enttäuscht. Insgesamt ist, wenn wir über Infrastruktur reden, Herr Minister, und das wäre bei Ihnen über die gesamten Bereiche wichtig, da merkt man immer Ihren Unwillen, der einem richtig ins Gesicht springt. Immer wieder sind alle anderen daran schuld. Alles und jeder wird herangezogen, warum irgendwie das Ergebnis, das man angekündigt hat, so nicht hinbekommen hat. Ich will daran erinnern, dass ich Ihnen das beim letzten Mal auch gesagt habe bei der Debatte zur A 49. Wer beim Flughafen die Leute hinter die Fichte geführt hat, Sie erinnern sich alle, mit mir wird es kein Terminal 3 geben. Der hat das bei der A 49 erneut getan, da in den Urteilen zum Weiterbau der A 49 herausgearbeitet wurde, das Land Hessen hatte ermessen. Sie, Herr Al-Wazir, hatten einen Spielgestaltungsspielraum. Sie haben ihn genutzt, und wir sagen, es ist auch gut so, dass das Land den Weiterbau der A 49 nicht verhindert hat. Aber sich hier immer hinzustellen, Herr Al-Wazir, mit einem weinerlichen Mimimi, ich kann ja nichts dafür, und alle anderen sind daran schuld, das wird wirklich der Bedeutung, den Aufgaben und dem Gestaltungsanspruch einer Landesregierung überhaupt nicht gerecht. Das ist Ihre Verantwortung, und daran müssen wir Sie auch wieder heute beim Haushalt daran erinnern. Denn Sie haben die Verantwortung für die Gestaltung in diesem Bereich, und der kommen Sie nicht nach, meine Damen und Herren. Für die Landesplanung ist das Ministerium auch zuständig. Da sehen wir gerade in der Mobilität, wie einiges schiefläuft. Beim Landesentwicklungsplan kommen Sie immer noch nicht zu Potte, weil Sie es am Ende einfach nicht hinbekommen. In der ersten Runde der Stellungnahme zur Offenlage der Fortschreibung wurde zu Recht neben vielem anderen kritisiert, dass Sie bei der Festlegung der Mittelbereiche den motorisierten Individualverkehr als einziges Abgrenzungskriterium herangezogen haben. So viel zum Thema integrierte Verkehrskonzepte voranbringen, Herr Minister. Deswegen ist es gut, dass wir als Hessischer Landtag ab dem nächsten Jahr mit der Enquetekommission Mobilität in Hessen 2030 uns diesen und anderen wichtigen Themen für Mobilitätspolitik für die Zukunft beschäftigen. Beim Thema Landesentwicklungsplan zeigt sich schwarz auf weiß, wie wenig das bei Ihnen vorankommt. Völlig aus dem Blick geraten ist beim Wirtschaftsminister die hessische Wirtschaft mit ihren Herausforderungen durch Corona, aber auch weit über Corona hinaus. Durch die Krise ist eines deutlich geworden. Der hessische Wirtschaftsminister interessiert sich offensichtlich nicht für die hessische Wirtschaft. Bei allen Debatten um einzelne Standorte, um die Zukunft ganzer Industriecluster in unserem Bundesland, um die Veränderungsnotwendigkeiten an unsere Wirtschaftsförderinstrumente, an eine nachhaltige Wirtschaft, bei der Debatte, mit welchen Kriterien wir Tarifbindung und Tariflöhne in unserem Land fördern und unterstützen wollen. Bei all den Themen bekomme ich immer im Land eine große Frage zurück. Wo ist eigentlich Al-Wazir? Die schärfste Waffe der Landesregierung beim Thema Standortschließungen ist in Ihren Augen der Brief Ihres Staatssekretärs von Ihnen. Sie halten sich heraus. Sie haben keine Meinung. Sie interessieren sich nicht dafür. Das zeigt die ganze Dramatik Ihres Handelns, oder viel besser in dem Fall Ihres Unterlassens, Herr Al-Wazir. Wir diskutieren im Bereich der Wirtschaftspolitik viel, wie wir einen zukunftsfähigen, starken Wirtschaftsstandort für Hessen in Zukunft hinbekommen. Da bin ich immer noch gespannt, wann Ihre Vorschläge kommen, wie wir unsere Wirtschaftsförderinstrumente an den Nachhaltigkeitszielen der UN und auch den Vorgaben der EU mit ausrichten können für wirklich zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik. Damit würden wir Wirtschaft gestalten durch die Politik und aktiv eine Wirtschaft von morgen unterstützen und fördern. Klare Anreize setzen und Ziele vorgeben, Tarifbindung und tarifliche Entlohnung fördern, Ausbildung unterstützen, Überbetriebliche und Außerbetriebliche ebenso. Gleichstellung forcieren ist im Übrigen nicht nur in der Wirtschaft ein wichtiges Thema. Auch Ihr Ministerium ist, was gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern an Führungsfunktionen angeht, mehr als unterentwickelt. Nachhaltige Lieferketten und Beschaffungswege unterstützen, Transformationsprozesse beispielhaft in der Automobilindustrie aktiv gestalten, statt sie passieren lassen. Sich als Hessen, als Standort der größten zusammenhängenden Betriebsstätte Deutschlands, dem Frankfurter Flughafen, positionieren und sich aktiv in die Herausforderungen bei Corona an die Luftverkehrswirtschaft einzuschalten. Industrielle Fertigungsprozesse in eine Zukunft ohne Energie aus fossilen Energieträgern voranbringen und fördern. Regionale Wertschöpfungsketten in den Fokus der Wirtschaftsförderung nehmen. Beim Thema innerstädtischer Handel aktiv unterstützen durch die Hilfe beim Aufbau regionaler und örtlicher digitaler Marktplätze für die Firmen von vor Ort. Die digitale Transformation der Wirtschaft begleiten insgesamt mit seinen disruptiven Veränderungen der grundlegenden Veränderungen von Wertschöpfungsketten. Dem entstehen neue Geschäftsmodelle, dem Brexit und vieles andere mehr. Meine Damen und Herren, das ließe sich weit ausführen. In vielen Bereichen bleiben Sie weit hinter den Erforderlichkeiten zurück. Da, wo selbst Sie sagen, das gestalten wir, das treiben wir voran, Stichwort Kreativwirtschaft bei der Games-Förderung, ist Hessen eines der letzten Bundesländer, was wirklich überhaupt eine ordentliche Förderung aufgelegt hat. Entwicklungszusammenarbeit nach vielen Jahren, Herr Präsident, herzlichen Dank, gibt es auch noch viel Luft nach oben. Auch dort wollen wir gerne weiter in die Diskussion kommen, wie wir wirklich Entwicklungszusammenarbeit politisch gestalten, aus dem Bundesland Hessen. Alles in allem bleibt dabei, meine Damen und Herren, Herr Minister. Minister muss man nicht nur wollen, man muss es auch können. Herzlichen Dank. Danke, Herr Eckert. Bevor ich Frau Löber das Wort gebe, weise ich darauf hin, dass ich als Übernächstes gerne jemandem von der CDU-Fraktion das Wort erteilen würde, wenn ich denn den Hinweis bekäme, wer es wünscht, als Übernächster, Herr Kasselka. Als Nächste redet Frau Löber für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gerade zur Digitalisierung und Entwicklung lässt sich noch das eine oder andere ergänzen. Normalerweise kritisiert die Opposition in Haushaltsdebatten, dass Geld für irgendetwas fehlt. Aber gerade dem Ministerium für digitale Strategie und Entwicklung mangelt es gerade nicht am Geld, sondern an einem politischen Plan. Nicht umsonst heißt es Haushaltsplan. Es braucht auch einen Plan, um Digitalisierung voranzubringen, die Chancen neuer Technologien zu nutzen und den Menschen vor Fehlentwicklungen zu schützen. Drei wesentliche Positionen sind im Haushalt enthalten – Distral, Breitbandausbau und Mobilfunk. Jetzt sollen 2,4 Millionen € zusätzlich aus dem schuldenfinanzierten Schattenhaushalt für Distral bereitgestellt werden. Das klingt zwar schön, aber das Problem liegt woanders. Die Mittel fließen nicht ab. Das Land müsste mehr Personal bereitstellen, um Unternehmen besser bei der Beantragung zu beraten. Denn in diesem Gemischtwarenladen mit sieben verschiedenen Förderlinien, Modulen mit unterschiedlichen Laufzeilen, verschiedenen Fördervolumen und diversen Förderquoten ist es schwer, den Durchblick zu behalten. Aus diesem Grund fordert die SPD-Fraktion übrigens schon länger Förderlotsen. Kommen wir zum Breitbandausbau. Die Bilanz der Ministerin beim Breitbandausbau ist verheerend. Seit es ihr Ministerium gibt, tut sich im Vergleich zu den anderen Ländern nichts. Ende 2018 war Hessen bei 1.000 Mbit pro Sekunde auf einem mittelmäßigen Platz 9. Ende 2019 wurden wir sogar dann noch von Mecklenburg-Vorpommern überholt und lagen auf Platz 12. Mitte 2020 liegen wir wieder auf Platz 9. Ist das Motto der Landesregierung jetzt zum Glück wieder Anschluss an das Mittelmaß gefunden? Grund für die Rückkehr zu Platz 9 ist allerdings kein meterverlegtes Glasfaser, sondern die marktgetriebene Ertüchtigung von Kabelnetzen vorrangig im Ballungsraum. Einem flächendeckenden Glasfasernetz und der Versorgung des ländlichen Raumes bringt uns das kein Stück näher. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Der Breitbandausbau gilt. Ziele werden nicht allein mit Haushaltsmitteln erreicht. Es braucht einen Plan. Kommen wir zu Mobilfunk. Die Ankündigung des Mobilfunkförderprogramms liegt nun über zwei Jahre zurück. Eine Förderung ist jetzt beihilfekonform nur möglich, wenn lediglich mit einem Mobilfunkanbieter telefoniert werden kann. Die 12,8 Millionen Landesmittel ersetzen auch hier eben wieder keinen Plan. Statt einem Plan spricht die Digitalministerin davon, dass in Hessen pro Tag fünf Mobilfunkmasten modernisiert oder neu gebaut würden. Das liegt jedoch einzig und allein an den von den Mobilfunknetzbetreibern zu erfüllenden Versorgungsauflagen des Bundes. Auch das ist somit keine Folge von Anstrengungen der Landesregierung. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Landesregierung geht, wie im Haushalt ausgewiesen, tatsächlich von einer Förderung von drei Mobilfunkmasten noch in diesem Jahr aus. Ich bin sehr gespannt, ob diese Masten der Weihnachtsmann mitbringt. Nächstes Jahr sollen es dann ganze zehn sein. Da hat sich das Warten gelohnt. Die Ministerin schafft dann pro Jahr, was der Markt laut ihrer eigenen Aussage in zwei Tagen schafft. Ich weise auf die Redezeit hin, Frau Löber. Wir haben bereits in der Haushaltsdebatte im letzten Jahr eine Kommunikationsoffensive zu Mobilfunk und 5G gefordert. Stattdessen haben wir eine PR-Kampagne zur Digitalkompetenz bekommen. Ich sage nur, DSL ist kein Paketdienst. Mehr als ein müdes Lächeln kann das wohl kaum jemandem abgewinnen. So ganz richtig ist es auch nicht. So wird wohl auch die Überarbeitung der Digitalstrategie leider nur ein Ziel haben, PR. Wie mit digitalen Dorflinnen und den Lochis im Rat für Digitalethik bleibt am Ende die Bilanz der Ministerin. Bunte Farben und viel Bling-Bling. Kein Plan, keine Ergebnisse. Danke, Frau Löber. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Kassecker zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Löber, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin überrascht, dass Sie jetzt zu dem Thema Digitales gesprochen haben. Das steht eigentlich nicht auf der Tagesordnung. Das war gestern schon im Einzelplan der Staatskanzlei. Bei aller Wertschätzung für das Thema Digitalisierung ist es manchmal gut, einen ganz analogen Blick in die Unterlagen der Tagesordnung zu werfen. Dann hätte Sie es merken können, dass Sie leider einen Tag zu spät sind. Aber wir nehmen es trotzdem zur Kenntnis. Einzelplan 07, das Thema Wirtschaft. Auch hier hat sich wieder die alte Erkenntnis bewahrheitet, lieber Tobias Eckert, dass natürlich die Politik die unterschiedliche Wahrnehmung von Wahrheiten ist. Das, was Sie besprochen haben, ist ein Bundesland irgendwo im Nirwana am Ende der 16 Bundesländer. Ein Blick in die Unterlagen, ein Blick in die Statistiken zeigt, dass Hessen einer der wirtschaftlich stärksten Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland ist, eines der Zahlländer. Also können wir so vieles nicht falsch gemacht haben, wie Ihre 15-Minuten-Aufzählung versucht haben, uns darzustellen. Diese Haushaltsberatungen in diesem Jahr stehen ganz unter dem Corona-Eindruck. Wir haben vor wenigen Monaten ein Sondervermögen in Höhe von 12 Milliarden Euro beschlossen. Darin enthalten sind umfangreiche Maßnahmen für die hessische Wirtschaftskraft, für die Belebung der Konjunktur, für die Förderung und auch ein nachhaltiges Wachstum für die Zeit nach Corona. Immerhin fast 2 Milliarden Euro, die direkt in den Bereich Wirtschaft fließen. Mikroliquidität, die wir in den zurückliegenden Monaten in großem Umfang zur Verfügung gestellt haben. Hessenfonds, wirtschaftliche Soforthilfen, alles Dinge, die den hessischen Unternehmen unmittelbar jetzt in der Zeit der Krise geholfen haben. Deshalb ist dieser Haushalt, den wir heute hier zu besprechen haben, neben dem Sondervermögen mehr oder weniger der Blick in die Zeit nach Corona. Es wird eine Zeit, und das hoffen wir alle, möglichst bald nach Corona geben, auch wenn uns Corona noch länger beschäftigen wird. Aber in dieser Zeit wird es darum gehen, dass wir wirtschaftlich Dinge wieder aufbauen müssen. Dort, wo Strukturen verloren gegangen sind, dort, wo Unternehmen gefährdet wurden und dort, wo vielleicht auch Arbeitsplätze verloren gegangen sind oder noch verloren gehen werden. Und auch das ist ein Teil der Wahrheit im Zusammenhang mit der Corona-Krise, dass wir sicher bei aller Anstrengung es nicht schaffen werden, jeden einzelnen Arbeitsplatz und jedes Unternehmen schadlos durch diese Krise zu führen. Aber das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist am anderen Punkt, wieder am anderen Ende die Chance, die Möglichkeit, beim Wiederaufbau mit den Förderprogrammen Schwerpunkte zu setzen, die in Richtung Digitalisierung gehen. Und da will ich dann doch an Frau Löber anknüpfen, dass wir in diesem Haushalt, in unserem Haushalt, zum Beispiel die Mittel der Digizuschüsse von 3 Millionen € auf 7 € auf 7 € ... Nein, nein. Das ist für uns in unserem Haushalt, das ist bei uns in unserem Haushalt, auch da lohnt sich der Blick in den Haushalt, um zu sehen, was wo eingepreist ist. Das ist in unserem Haushalt die Digizuschüsse von etwa 7 1,5 Millionen €, um insbesondere dem Handwerk aber auch allen anderen die Umstellung auf digitale Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Straßenbau ist ein wichtiger Punkt, den Herr Eckert ebenfalls angesprochen hat. Dieser Etat im Jahr 2021 umfasst so viele Mittel für den Landesstraßenbau wie in den letzten 15 Jahren nicht mehr. Ich kann mich erinnern, als ich 2014 hier begonnen habe im Hessischen Landtag, hatten wir 100 Millionen minus 10 Prozent, also 90 Millionen, in denen noch 30 Millionen Ingenieurleistungen enthalten waren, sodass netto 60 Millionen € für den Landesstraßenbau zur Verfügung standen. Das ist noch nicht so lange her, 2014, maximal sieben Jahre. Heute stehen für das Jahr 2021 124 Millionen € zur Verfügung. Wir liegen auf dem Pfad, den wir uns innerhalb der Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode gesetzt haben, auf die Abschreibung, so etwa 175 bis 180 Millionen € zu kommen. Das geht nicht über Nacht, aber es geht schrittweise. Ich glaube, wir können stolz darauf sein, auch in diesen schweren Zeiten den Landesstraßenbau in den Vordergrund zu stellen, die Mittel auf 124 Millionen € aufzustocken, zusätzlich 8 Millionen € für den Radwegebau zur Verfügung zu stellen und gesondert 28 Millionen € für die Planungsleistungen. Das ist ein Etat in dem Landesstraßenbau, den es lange nicht mehr gab, den es sehr, sehr lange nicht mehr gab, zumindest nicht in der Zeit, in der wir beide hier über Haushaltspolitik des Landes Hessen reden. Weiterhin wird uns beschäftigen die Umstellung, der Übergang auf die Auftragsverwaltung des Bundes, also Teile von Hessen Mobil, in die neue Autobahngesellschaft des Bundes. Das ist ab 1. Januar 2021 und was wir befürchtet haben, ist, dass der Übergang nicht so smooth running vonstatten gehen wird, wie man es vielleicht gehofft hat. Richtig ist aber, dass wir weiterhin mit den Mitarbeitern in der Verantwortung bleiben für Hessens Straßen und dass sich durch den Übergang mittelfristig für uns auch zusätzliche Chancen wieder ergeben. Da von den 340 Stellen, die das bisher bei Hessen Mobil ausgemacht haben, gehen etwa 340 Stellen an die Bundesautobahngesellschaft, 64 bleiben bei uns, werden hier ihren Dienst für den Bund verrichten. Aber etwa 270, 275 Stellen werden künftig dem Haushalt Hessen zur Verfügung stehen und wir werden schrittweise Umsetzung von Maßnahmen im Bundesverkehrswegeplan, weitere Mobilitätsbedürfnisse, die wir in Hessen haben, mit diesem Personaletat umsetzen können, Ingenieursleistungen, das, was wir lange Zeit diskutiert haben, werden hier möglich sein, sodass ich sicher bin, dass die Mittel, die wir zahlreich zur Verfügung stellen, die wir stärker als in der Vergangenheit zur Verfügung stellen, eben auch abfließen können, weil stärker und besser Planungen, Projekte zum Abschluss gebracht und danach zur Umsetzung gelangen werden. Deshalb bin ich mit der Betrachtung des Landesstraßenbaus, Sie können sich vorstellen, dass das nur ein Teil von Mobilität ist, aber auch mit der Unterstützung des ÖPNV, mit dem Ausbau des Schienennetzes können wir hier zufrieden sein, auch wenn wir im Bereich der Planung, der Planungsbeschleunigung, der Planungsgeschwindigkeit noch einiges vor uns haben. Sie haben in dem Zusammenhang, Herr Eckert, das Thema Landesentwicklungsplan angesprochen. Da ich nur die Hälfte der Zeit von Ihnen habe, will ich es hier nicht vertiefen. Aber zum einen haben Sie das Thema Individualverkehr, die Betrachtung Individualverkehr für die Mittelbereiche angesprochen. Wir werden beim Landesentwicklungsplan noch darüber zu reden haben. Ich glaube, dass das ein Teil der Lebenswirklichkeit ist. Aber ich glaube, dass es auch richtig war und es zeigt auch, dass die Landesregierung zum Beispiel Offenlagen ernst nimmt, dass wir Anregungen und Bedenken uns anschauen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir hinschauen, dass wir die Rahmenbedingungen anpassen und, wenn nötig, auch korrigieren. Und deshalb bin ich sicher, dass diese Offenlage, die jetzt vor wenigen Tagen oder in wenigen Tagen mithint, dass diese Offenlage genau dem entspricht, was wir in Abstimmung mit den Kommunen, in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden als vernünftige Landesentwicklung für die nächsten zehn Jahre beschreiben können. Von daher, wie gesagt, wir werden es an anderer Stelle noch diskutieren. Aber nur die Verkürzung auf den Individualverkehr wäre hier wohl zu wenig. Im Stakkato die restlichen Punkte, die nicht weniger wichtig sind, aber aufgrund der Zeit trotzdem genannt werden sollten. Wir haben das Thema berufliche Bildung ebenfalls etwas, was nicht nur nach Corona-Zeit, auch im Moment, wir haben sehr viele Ausbildungsplätze, die noch nicht besetzt sind. Auch da muss man für die Zeit nach Corona Vorsorge treffen. Wir haben 2,1 Millionen Euro für die berufliche Bildung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Wir wollen im Bereich der Start-up-Förderung tätig werden, haben auch dafür zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Wir werden den Messestandort Frankfurt unterstützen, einer, der von Corona massiv geplagt ist, massiv betroffen ist. Mit der Fashion Week, die Frankfurt hierher geholt hat, von Berlin, gibt es eine Grundlage. Auch hier soll das Land für die nächsten drei Jahre jeweils mit einer Million Euro zum Aufbau dieses neuen Messekonzeptes beitragen. Und auch im Bereich Tourismus werden wir die von Corona geplagten Kommunen und Regionen massiv unterstützen. Wir wollen von 5 Millionen auf 7,8 Millionen aufbauen für die digitale Präsentation. Ich komme Sie zum Ende für die digitale Präsentation, damit auch hier in Zukunft die hessischen Regionen wieder richtig zur Geltung kommen. Unter dem Strich glaube ich, dass wir mit diesem Haushalt nach Corona, neben dem Sondervermögen, die richtigen Weichen stellen. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Dieser Haushalt hat die Grundlage dafür geschaffen, dass auch das für die hessischen Unternehmen eine erfolgreiche Zeit wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kasseckert. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrte Kollegen! Natürlich finden diese Haushaltsberatungen im Schatten von Corona statt. Ebenso ist es natürlich, dass der Staat in solchen Krisenzeiten besonders gefordert wird. Keiner will hier den Brüning machen und den untauglichen Versuch unternehmen, sich in so einer dramatischen Krise herauszusparen. Aber es ist überhaupt nicht natürlich, dass ganz nebenbei die Grundsätze des Haushaltens scheinbar bei vielen über Bord gehen oder zu gehen drohen. Wenn ich mir vielen Dank ansehe, was mindestens auf der Ebene des Bundes passiert, so habe ich doch sehr das Gefühl, dass das Superwahljahr 2021 seine Schatten vorauswirft. Meine Damen und Herren, wir sind es unseren Kindern und Enkeln schuldig, gewissenhaft mit dem Geld heutiger und zukünftiger Steuerzahler umzugehen. Alles andere ist grob fahrlässig und somit schuldhaft. Wir bilden uns ja sehr viel auf unsere soziale Marktwirtschaft ein. Marktwirtschaft ist das Substantiv, sozial das Adjektiv. In diesem grammatikalischen Zusammenhang steckt viel Wahrheit. Denn wenn die Marktwirtschaft nicht funktioniert, dann können Sie noch so viele Adjektive daran anpflanzen und draufkleben. Es bleibt dabei, es funktioniert nicht. Da wir hier den Einzelplan des Wirtschaftsministers zu debattieren haben, dann lassen Sie uns noch einmal einen Blick auf die Arbeitsteilung in der sozialen Marktwirtschaft werfen. Sozialpolitik ist der Reparaturbetrieb, und Wirtschaftspolitik soll dafür sorgen, dass möglichst wenige überhaupt von dieser Möglichkeit Gebrauch machen müssen. Das soziale Rettungsnetz für die Gestrauchelten und diejenigen, die durch Krankheit, Unfall oder Behinderung nicht angemessen für sich selbst sorgen können, stellt nun wirklich niemand infrage. Aber ich stelle infrage, ob Hessens Wirtschaftspolitik denn tatsächlich dafür sorgt, dass möglichst wenige Bürger auf die Hilfe des Staates angewiesen sind. Meine Damen und Herren, erfolgreiche Wirtschaftspolitik ist immer und überall Ordnungspolitik. Das Ziel dieses Ordnungsrahmens muss die Steigerung der Produktivität sein, denn sie ist die Quelle und die einzige Quelle unseres Wohlstandes. Im Übrigen ist Wohlstand durch Produktivität auch haargenau die Antwort, wenn heutzutage Naturschutz, Ressourcenschonung und ein gerechterer sozialer Ausgleich gefordert werden. Lassen Sie uns konkret werden. Bürger und Unternehmen sind heutzutage von politischen Wendemanövern umzingelt. Die Energiewende kennen wir leider nur zu genau. Die Verkehrswende soll nach Kräften herbeisubventioniert werden. Jetzt sollen noch die Wärmewende den Gebäudebestand Deutschlands begrünen. Schauen wir aber auf die Effektivität dieser Maßnahmen. Denn Corona ist vieles, aber vor allen Dingen auch ein Weckruf, dass die fetten Jahre endgültig vorbei sind. Ausgabenkritik ist immer Aufgabenkritik. Das Stichwort ist schon genannt worden. Also lassen Sie uns doch einmal exemplarisch überprüfen, ob es wirklich sinnvolle Aufgaben des Landes sind, die diversen Wendehälse- und Sackgassenbewohner zu subventionieren. Sackgasse Nummer eins, die Energiewende. Die Energiewende ist gescheitert. Das hat bloß noch nicht jeder gemerkt. Wir haben die höchsten Strompreise auf der Welt. Je mehr kostenloser Strom im Netz ist, umso teurer wird es. Spätestens wenn Kernkraft- und Kohlekraftwerke vom Netz gehen, werden nicht nur die volkswirtschaftlichen Schäden, sondern auch noch tatsächliche Schäden durch die Stromausfälle hinzukommen. Der Blackout im Netz wird dem Blackout der Politik sicher machen. Und dann, aber leider erst dann, wird der Energiewende der Stecker gezogen. Kein Land der Welt folgt Deutschland auf diesem Holzweg. Niemand steigt gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft aus. Im Gegenteil, die Kernkraft steht vor einer Renaissance. Aber wir Deutschen sind wie immer viel schlauer als der Rest der Welt. Für den sogenannten Klimaschutz fordern wir seit Anbeginn eine Erfolgs- und Wirksamkeitskontrolle, damit nur noch die Projekte mit den niedrigsten CO2-Vermeidungskosten überhaupt noch gefördert werden. Solange es diese Erfolgskontrolle eben nicht gibt und in Anbetracht der gewaltigen Belastungen für den Haushalt ist es einfach nicht mehr zu verantworten, Klimaschutz ins Blaue hinein zu betreiben. Dementsprechend werden wir die Axt eines sogenannten integrierten Klimaschutzplans anlegen. Wir werden zumindest entsprechende Änderungsanträge formulieren. Für die Landesenergieagentur haben wir aber auch eine gute Idee. Sie sollen nämlich weniger PR- und Promotionagentur für die Energiewende werden, sondern eine Agentur für Erfolgskontrolle. Denn es geht eben nicht um mehr Klimaschutz um jeden Preis, sondern um Erhöhung der Energieeffizienz. Energieeffizienz kann sich lohnen, und das muss sie auch. Denn alles andere ist ein Anschlag auf den uns noch verbliebenen Wohlstand. Sackgasse Nr. 2, Wärmewende und Wohnbaupolitik. Bevor ich konkret zur hessischen Wohnbaupolitik komme, muss ich Sie über ein Desaster auf Bundesebene informieren, nämlich die energetische Sanierung von Gebäuden. Eigentlich sollte das doch ein ganz vernünftiges Anliegen sein, meine Damen und Herren. Durch bauliche Maßnahmen wird der Energieverbrauch reduziert, und durch die niedrigeren Energiekosten werden diese Investitionen amortisiert. Es gibt nur ein kleines Problem. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Am 17. Dezember dieses Jahres – schönen Gruß an die FDP-Fraktion nach Berlin – wurde nämlich dort eine entsprechende Anfrage beantwortet. Der ist zu entnehmen, dass zwischen 2010 und 2018 497 Milliarden Euro in Deutschland in energetische Gebäudesanierungen geflossen sind – 342 davon in Wohngebäude, 155 in Nichtwohngebäude. Auf den ersten Blick sieht das sogar gut aus. Denn das hat zu Energieeinsparungen und damit auch CO2-Emissionsreduktionen von ca. 20 % geführt. Wow, klingt gut, oder? Aber wenn Sie diese CO2-Emissionen und Temperaturunterschiede bereinigen, dann bleiben sage und schreibe klägliche 3 % weniger Energieverbrauch übrig. Meine Damen und Herren, 500 Milliarden Euro für 3 % Energieeinsparung – das ist niederschmetternde Wohlstandsvernichtung. Das Einzige, was noch trauriger als das ist, ist, dass viele Bürger diese sinnlosen Maßnahmen langfristig bezahlen müssen, sei es, dass sie als Eigentümer diese Investition abtragen müssen, oder sei es, dass sie als Mieter über die Modernisierungsanlage dauerhaft mit Mieterhöhungen konfrontiert sind. Wäre es anders, warum haben wir denn dann gerade die Modernisierungsumlage gesenkt? Es gibt weitere viele Maßnahmen der Politik, die die Wohnkosten ständig nach oben treiben. Genau deswegen muss der Staat immer mehr für die Unterstützung sozial schwacher Mieter aufwenden. Wir halten das für eine eklatante Fehlentwicklung. Wir fordern die konsequente Umkehr weg von der Objekt hin zur Subjektförderung. In diesem Sinne werden wir auch unsere Änderungsvorschläge formulieren. Kommen wir zur dritten Sackgasse der Verkehrswende. Ich möchte jetzt gar nicht über Lastenfahrräder und Fahrradwege diskutieren, denn diese Diskussion geht lichtjahreweit an den Bedürfnissen der Bürger vorbei. Es ist hoffentlich die vielbesungene normative Kraft des Faktischen, die dieser zeitgeistinduzierten Verirrung den Stecker ziehen wird. Aber ein weiteres großes Thema ist natürlich die Elektromobilität. Dazu müssen wir sehr wohl Stellung nehmen. Um es klar zu sagen, Elektromobilität ist nicht per se eine solche zeitgeistige Verirrung. Es gibt absolut plausible Einsatzzenarien für E-Mobilität. Das stellt niemand infrage. Aber wir stellen infrage, warum es zu immensen Kosten ausgerechneter Steuerzahl sein muss, der Kaufprämien, Zuschüsse und Ladepunkte für E-Mobile subventionieren muss. Das ist nur politisch gewollt. Das muss überhaupt nicht sein. Die Nutznießer des Ganzen sind dann ausgerechnet noch die Besserverdienenden. Denn nur bei ihnen stellt sich überhaupt die Frage, ob sie einen neuen, effizienten und vor allen Dingen sauberen Verbrenner haben wollen oder ein Elektromobil. Die Normal- und Geringverdiener haben von diesen ganzen Kaufprämien überhaupt gar nichts. Das bedeutet auch, dass der Beitrag zur Flottenerneuerung praktisch null ist. Im Gegenteil, neu und mittelbar auch Gebrauchtfahrzeuge werden durch diese übermäßige Grenzwertsetzung massiv verteuert. Diese politisch erzwungene Verteuerung der individuellen Mobilität ist nicht nur umweltpolitisch kontraproduktiv, sondern sie ist auch unsozial. Dementsprechend hatten wir das Thema Wasserstoff schon, Power-to-Ex-Anlage. Nein, lieber Herr Minister Al-Wazir, das sehen wir nicht, dass das eine Landesaufgabe ist. Wenn die sinnvoll ist, dann bewerben Sie sich doch bitte um den Megatopf von 9 Milliarden € beim Bund. Aber originäre Landesmittel haben in einem solchen Projekt aus unserer Sicht nichts verloren. Ich weise auf die Redezeit hin, Herr Lichert. Danke sehr, Herr Präsident. Ich komme zum Schluss. Wir kürzen aber nicht mit dem Rasen mehr. Im Gegenteil, wir werden auch Vorschläge unterbreiten, wo wir konsequent die Mittelausgabe erhöhen, wo es den Bürgern dient, wo es die Infrastruktur verbessert und damit die Produktivität hebt. Aber um einen kleinen Ausblick zu geben, weil uns vorhin Populismus vorgeworfen wurde, wir wollen sparen und trotzdem mehr Geld ausgeben. Das geht ja gar nicht. Wir haben schon allein deutlich über 50 Millionen € Einsparvolumen im Haushaltsplan 07 festgestellt. Die brauchen wir auch, um die notwendigen Mehrkosten zu tragen und vor allen Dingen die Schuldentilgung, um das Ganze hier wieder aufzuräumen. Dankeschön. Danke, Herr Lichert. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN hat sich Frau Müller zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst einmal kurz die letzte Rede wegatmen. Dann gehe ich aber noch einmal ganz kurz auf den geschätzten Kollegen Eckert ein. Mein Kollege Heiko Kasseckert hat sich gewundert, dass die subjektive Wahrnehmung von Herrn Eckert so unterschiedlich ist wie die Realität. Mich hat es nicht gewundert, denn die Platte hören wir hier jedes Mal. Sie fordert immer mehr von allem, von dem, was wir eigentlich tun, allen wohl und niemand weh. Das ist die Politik der SPD. Das passt immer noch und immer wieder. Sie fordern, was ihr Originelles ist. Günter, das kannst du dir sparen. Jetzt rede ich. Ich sage es trotzdem. Sie reden von integrierter Verkehrspolitik. Aber wenn es konkret wird und ein Parkplatz abgebaut werden soll, dann geht für Sie das Abendland unter. Ich weiß gerade nicht, worum es geht. Aber gut. Die Regierungsbank kann ja auch schweigen. Ich kann gut abschalten. Ich kann gut abschalten. Frau Müller, jetzt haben wir die Situation bereit. Jetzt beruhigen wir uns auch an. Genau. Ich fange aber nicht noch einmal an. Ich setze auf die Enquete-Kommission, dass der Erkenntnisgewinn bei der SPD dann auch so hoch ist, dass sie mit uns zusammen eine Umsetzung der Ideen, die Sie dann vielleicht auch zur Kenntnis nehmen, vorantreiben. Für uns zeigt der Einzelplan 07 auch im Jahr 2021 wieder, dass gute Ideen, gute Politik und gute Finanzierung der Regierungsfraktionen in den Bereichen Energiewirtschaft, Wohnen und Verkehr nicht nur gedacht, sondern auch umgesetzt werden und Grundlage für einen sozial-ökologischen Aufbruch ins nächste Jahrzehnt sind, und das trotz Corona oder vielleicht auch gerade wegen Corona. Wir müssen gerade jetzt in die Zukunft investieren. Die Klimakrise ist nicht vorbei, wenn Corona vorbei ist, was hoffentlich bald der Fall sein wird. Da müssen wir investieren, und das tun wir. Wir machen das mit diesem Haushaltsplanentwurf deutlich, dass wir die Energie- und Verkehrswende schrittweise umsetzen und für ein gutes Zuhause für alle Hessinnen und Hessen sorgen. Wir investieren in ein starkes Hessen für die Menschen in diesem Land. Wir sorgen dafür, dass die Wirtschaft zukunftssicher und innovativ ist. Dafür sind auch in diesem Jahr wieder im Haushalt, auch im originären Haushalt, Gelder eingestellt. Zum Beispiel nenne ich den Bereich Ausbildung. 6,5 Millionen € für überbetriebliche Auszubildendenunterweisung. Im Haushaltsplan steht komischerweise noch Lehrlingsunterweisung. Als ich 1979 meine Ausbildung gemacht habe, war Lehrling auch schon vorbei. 1,5 Millionen € für die Berufsorientierung, 3,6 Millionen € für die Ausbleibungswärtsförderung, 3,4 Millionen € für ein Hauptschülerprogramm. Das sind alles Maßnahmen in die Zukunft für unsere Jugend und damit in unsere Zukunft. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Auch die in der Pandemie stark gebeutelte Messe wird gefördert. Gestern wurde sich schon einmal lustig darüber gemacht, dass die Fashion Week hierherkommt. Aber das ist eine große Messe, die mit einem Begleitprogramm gefördert wird und wo wir sukzessive wieder ein Messeleben in Frankfurt aufbauen. Die IAA ist bedauerlicherweise gegangen. Sie hätte sich auch zur Mobilitätsmesse entwickeln können. Aber die Eurobike, die immer in Friedrichshafen stattfindet, veranstaltet nächstes Jahr zusammen mit Unternehmern eine Eurobuco, das heißt es, glaube ich, im Juli, drei Tage lang. Dann können alle, die es bis jetzt noch nicht wahrgenommen haben, sehen, wie stark die Fahrradbranche boomt. Dann komme ich einmal zum Thema Wohnen. Ich komme zum Thema Wohnen, in dem wir unheimlich viel investieren, aber nicht nur investieren, sondern mit guten Ideen auch den Wohnungsmarkt entspannen und den Flächenverbrauch reduzieren bzw. nicht ins unermessliche Ausweisen. Denn Bauen, Bauen, Bauen ist vielleicht eine Seite der Medaille, aber nur ein kleiner Teil davon. Denn es ist sowohl eine Lösung, wenn man vom Frankfurter Bogen redet und da in die Infrastruktur investiert, da dafür sorgt, dass genügend Kindertagesplätze da sind usw. usf. wird kontinuierlich gemacht. Oder Bauen auf Supermärkten oder Wohnen in den Innenstädten weiter zu verstärken. Alle Potenziale zu nutzen, die es gibt, das ist die Arbeit der Landesregierung. Trotz der guten Pressearbeit, die hier immer wieder gelobt wird, kommt ja nicht alles bei Ihnen an, wie wir bei der kursorischen Lesung schon feststellen konnten und auch eben wieder bei der Rede von Herrn Eckert. Wir werden bis 2024 2,2 Milliarden € in den sozialen Wohnungsbau investieren. Das sind 22.000 Wohnungen für ungefähr 66.000 Menschen. Das Land baut ja nicht alleine. Sie wissen ja genau, wie das funktioniert. Gehe ich mal von außen. Wir haben ein Wohnungsinnovationsprogramm, das wir verdoppelt haben. Nein, aber ich will ja meine Ruhe haben. Deswegen muss ich erwarten, bis hier das rum ist. Wir haben den Eigenkapitalanteil bei der NH erhöht. Die SPD hat nicht dafür gestimmt, sondern dagegen. Der Erwerb von Belegungsrechten ist ausgeweitet worden, wobei die leider teurer geworden sind, dass es mit viel mehr Geld, also 14 Millionen €, nicht so viel mehr gibt, wie man hochrechnen könnte. Der Vollständigkeit halber nenne ich noch die Erhöhung der Anspruchsberechtigten für das Wohngeld. Da zahlt das Land die Hälfte, genauso wie der Bund. Oder die Baulandoffensive in den Kommunen. Es gibt also zahlreiche Dinge. Oder das Thema Barrierefreiheit. Da stehen 3 Millionen € im Haushalt. Man muss es nur wahrnehmen wollen. Wenn ich sie noch nicht überzeugt habe, wird das meine Kollegin Förster-Heldmann diese Woche noch mehrfach tun, weil wir das Thema Wohnen noch öfter auf der Tagesordnung stehen haben. Ich sage auch, dass die Raster leben. Ja, aber überzeugen tust du uns wahrscheinlich nicht. Aber nicht nur ein Dach über dem Kopf ist wichtig, sondern auch Eindrücke, die uns gerade in Zeiten von Corona unser schönes Hessenland bietet. Deswegen wird eine Datenbank unterstützt, in der alle touristischen Angebote in Hessen zu finden sind und eine bessere Verknüpfung mit den lokalen Tourismusfördergesellschaften gewährleistet wird. Das war bisher immer ein Problem, dass vieles nebeneinander herliegt. Das wird jetzt gebündelt. Aber auch Freizeitangebote werden investiv unterstützt. Ich sage da nur Willingen und so weiter. Zehn Millionen € werden dort dieses Jahr investiert. War das ein Klatschen oder nicht? Die Energiewende geht natürlich auch mit starken Schritten voran. Kein Windkraftaufbau liegt an den Klagen. Ich habe es schon einmal erklärt. Aber gut, das muss ich jetzt auch nicht noch einmal. Die Landesenergieagentur tut viel. Auch das haben Sie anscheinend nicht wahrgenommen. Sie könnten einmal auf die Seite der Landesenergieagentur schauen. Mit dem Motto aktivieren, koordinieren, umsetzen ist sie Partner der Kommunen, so wie diese Landesregierung auch, und bringt in den Bereichen, nämlich vor Ort, wo die Energiewende stattfindet, viel voran. Jetzt komme ich zum Thema Verkehrswende. Ich sehe, ich muss mich beeilen. Ich habe in Gedenken an meine Kollegin Nina, die auch noch reden will. In der Verkehrswende geht es voran, und es ist so, dass ein Trend, nämlich das Radfahren durch Corona, verstärkt wurde. Diese Landesregierung arbeitet schon lange an diesem Trend, der sich jetzt auch bemerkbar macht und sich kontinuierlich verstärkt. Wir haben über die Anlage zum Haushaltsplan gelegen, Thema Straßenbau, Anlage 2. Letztes Jahr waren es zwei Radwege. Diesmal sind es drei, die fortgesetzt werden. Halt, und 14 Maßnahmen, die begonnen werden. Wenn wir das auf die Jahre hochrechnen, dann, finde ich, ist das ein Tempo, das ausbauffällig ist. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, vereinzelt CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, vereinzelt CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dann nutzen wir die Chance, dass die Infrastrukturgesellschaft Autobahn gegründet wird und vielleicht Leute lieber im Rhein-Main-Gebiet bleiben wollen und dann auch bei Hessen Mobil bleiben und hier die gute Arbeit weiter voranbringen. Dann aber ein Punkt, der mir auch wichtig ist. Es wurden in den letzten Jahren Qualitätsstandards für Kommunen als Musterlösung für Radwege erarbeitet. Es wurden Machbarkeitsstudien finanziert. Der Bund hat jetzt ein Programm aufgelegt, Stadt-Land, bei dem die Bundesländer Gelder für die Kommunen einwerben können. Wenn man einmal nachfragt, wird das von kaum einem Bundesland wahrgenommen. Aber in Hessen stehen in diesem Haushaltsplanentwurf 50 Millionen an Bundesgeldern, die die Kommunen für den Bereich Radwegebau abrisen können. Ich finde, das ist großartig, weil die gute Vorarbeit dadurch auch durch den Bund belohnt wird. Frau Müller, ich weise auf die Redezeit hin. Die Chancen, die wir haben, nutzen wir. Wir sind gut aufgestellt. Auch der Haushalt 2021 ist ein Gestaltungs- und kein Verwaltungshaushalt. Deswegen hätte er eine breite Zustimmung von allen hier im Haus verdient. Danke, Frau Müller. Jürgen, ich mache das hier, wie ihr es angemeldet habt.